Leute und damit einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen zweiten Dezember. Ich hoffe, euch geht es fantastisch da draußen. Heute haben wir im Better Fishing Box, keine Better Fishing Box, Better Fishing Kalender, im Better Fishing Kalender einfach mal das Tor Nr. 2 am Start und gestern war sozusagen der Crazy drin und ich bin gespannt, was wir jetzt hier drin haben. Fühlt sich an, wie was Gummihaftes. Was Gummihaftes und hier... Oh! Na, Aufkleber erstmal. Geil! Zeck Aufkleber. Sehr schön. Zeck immer eine gute Marke und haben wir hier was Neues oder was? Das ist tatsächlich eins der neun Köder von der Detail Range, der DTL Range, der Barshalam Range und das ist der Shaky Sneaker in 8 cm, 1,9 Gramm. Da sind neun Stück drin und ist gesaultet. Also perfekter Krebs für die Winterzeit. Den jetzt langsam wird ein Seer Rig übers Wasser, über den Boden geschliffen und ab geht die Fahrt. Das Ganze in so ein Motor Oil Farbe. Oh, hier. Mit so einem Motor Oil. Dann sehen wir auch die UV Aktivität. Auch wieder gegeben. Sehr, sehr geil. Tag Nr. 2. Der stinkt bestimmt heftig. Ich will den nicht auspacken. Dann müsste ich den hier auch so aufreißen. Na? Schöner Krebsi. Schöner, schöner Krebsi. Sehr geil. Tag Nr. 2. Wirklich gut. Guter, guter Zeckköder. Ihr könnt euch mal sagen, was ihr von dem Köder haltet. Habt ihr selbst schon mal mit dem Shaky Sneaker gefischt? Und ähm, was ist eure Meinung? Was ist eure Meinung zum Tor Nr. 2? Denkt ihr, der Better Fishing Kalender wird seine Qualität halten können? Wird ihr die halten können? Wir werden sehen. Wir werden sehen.